Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine finsternes Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Wir feiern ja in diesen Tagen den Tag der Deutschen Einheit. Und wenn ich über dieses Thema nachdenke, dann fällt mir immer ein Gespräch ein, das ich wohl im Jahr 1987 gehabt habe mit einem Studienanfänger. Ich selber studierte damals Theologie und lernte einen Studienanfänger kennen, der von sich erzählte und von seinen Hoffnungen und Ideen. Und er erzählte mir unter anderem, dass er fest davon ausginge, dass die beiden damals existenten deutschen Staaten DDR und Bundesrepublik Deutschland irgendwann in naher Zukunft wieder eine Einheit bilden würden. Und dass er sogar täglich dafür betete. Ich habe damals überlegt, ob ich den jungen Mann überhaupt ganz ernst nehmen kann, ob das vielleicht irgendein Spinner ist. Weil, vielleicht wissen Sie es gar nicht, man damals eigentlich kaum davon ausging, dass das noch einmal passieren könnte. Die großen Teile der Politik, aber auch des Journalismus waren sich eigentlich einig. Eine Einheit aus Ost- und Westdeutschland würde es jedenfalls in menschlich absehbarer Zukunft nicht wieder geben. Und die Geschichte hat diesem jungen Mann Recht gegeben. Und zwar schon sehr bald. Sie haben vorhin einen Bibeltext gehört aus Psalm 18. Und für mich passt der 30. Vers dieses Psalms ganz besonders zu unserer Thematik. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott, das sagt ja dieser Vers, ist derjenige, der menschlich unmögliche Dinge möglich machen kann. Wer mit Gott lebt, wer mit ihm rechnet, der ist vor Wundern nicht sicher. Die Dinge entwickelten sich. Es entstanden dann die Montagsgebete in der DDR. Große Menschenzahlen versammelten sich in Kirchen und beteten gemeinsam für ein Ende der sozialistischen Diktatur in der DDR und für eine deutsche Einheit. Menschen fragten nach der Hilfe Gottes. Und ich erinnere mich, wie damals, als es dann wirklich losging, als etwas in Bewegung kam um die deutsche Einheit, wirklich die Luft flimmerte und eine ganz spezielle Atmosphäre war. Vielleicht haben Sie auch noch Bilder im Kopf von der Öffnung der Grenze, vom Fallen der Berliner Mauer. Mich hat ganz besonders fasziniert die Situation der geflüchteten DDR-Bürger, die in die bundesdeutsche Botschaft nach Prag gingen. Und dann der Moment, als sie auf bundesdeutschen Boden kamen, damals in Hof in Bayern, als eine Kapelle das Lied spielte, Nun danket alle Gott. Vielen Menschen ist das damals irgendwie greifbar gewesen, dass das, was hier geschah, ein Eingreifen Gottes war. Dass diese Freiheit, die für viele Deutsche plötzlich da war und diese neu gewachsene Einheit kein Zufall war. Und dass insbesondere diese Revolution in der DDR eine friedliche bleiben konnte, obwohl so viele Waffen zur Verfügung gestanden hätten, um einzuschreiten, dass all das nur möglich war, weil der gnädige Gott seine Hand darüber gehalten hat. Manches ist seitdem in Vergessenheit geraten. Viel Frustration ist bei Menschen da, die sich die Entwicklungen vielleicht ganz anders vorgestellt haben. Neid auf der einen Seite, Missgunst auf der anderen Seite. Für viele Menschen ist auch heute noch eine Mauer in ihrem Kopf, wenn sie über die deutsche Einheit nachdenken und wenig Einheit gewachsen. Es gibt natürlich auch viele hoffnungsvolle Zeichen und Entwicklungen, aber dennoch ist auch manches dabei, das mehr Sorgen macht und über das ich mich nicht freuen kann, wo ich mir vieles anders wünschen würde an Einheit und Miteinander. Ich glaube, dass wenn es uns gelingt, dass wir uns neu auf diesen Gott besinnen, der damals gehandelt hat und der auch heute ja noch der lebendige Gott ist, der uns gerne hilft, wenn wir neu zu einer Dankbarkeit kommen über das, was damals rund um die deutsche Einheit geschehen ist, dass wir dann auch die Kraft bekommen, um gemeinsam in eine gute Zukunft weiterzugehen. Mein Wunsch also, dass Menschen sich wieder auf diesen helfenden Gott besinnen. Und ich meine damit eigentlich nicht etwas Rückwärtsgewandtes, nicht ein Aufleben lassen von alten Zeiten, sondern eine neue Entdeckung der Liebe Gottes. Und ich glaube, dass wenn Menschen von dieser Liebe Gottes gepackt werden und in eine neue Dankbarkeit hineinkommen, dass dann auch eine neue Kraft kommt zu vielen Menschen in unserem Volk. Ich will das etwas deutlich machen. Es muss im Jahr 1990 gewesen sein. Ich nahm an einem Rockkonzert in Bremen teil. Es spielte die christliche Rockgruppe Petra. Und der Bandleader Bob Hartmann gratulierte uns Deutschen zur deutschen Einheit. Und er sprach davon, dass wir an diesem Abend nun auch miteinander eine Reunion-Party feiern wollten, eine Wiedervereinigungsparty. Und er nahm die deutsche Einheit und das Fallen der Mauer als Bild für das, was Gott mit uns tut. Und in der Bibel steht es ja so, und er machte das dann in klaren Worten auch deutlich, der Mensch ist durch seine Sünde von Gott getrennt. Die Sünde steht wie eine Mauer zwischen Gott und Menschen, so dass seine Liebe erst mal gar nicht in der Fülle für uns erfahrbar ist. Aber Jesus Christus ist in unsere Welt gekommen, hat stellvertretend für uns unsere Schuld am Kreuz getragen, ist auferstanden und lebt und bietet nun jedem eine neue, eine erneuerte Beziehung zu Gott an, weil er diese Mauer umgeworfen hat. Jesus ist der Weg zu Gott. Und wer sich aufmacht und diesen Weg geht, an Jesus zu glauben, der kommt in eine neuartige Beziehung zu Gott, der erlebt seine Wiedervereinigung mit Gott, dem Vater, mit Gott, seinem Schöpfer. Er erlebt eine völlig neue Beziehung zu Gott und damit auch Gottes Liebe. Und ich wünsche mir das für unser Volk so sehr, dass noch viel mehr Menschen sich von dieser Liebe ergreifen lassen. Und Menschen, die sich geliebt wissen, Menschen, die in einer Beziehung zu Gott stehen, sich ihm gegenüber verantwortlich wissen, sind Menschen, die sich für ein gutes Miteinander einsetzen, für Verständnis, für Zusammenarbeit, für ein Staatswesen mit sozialer Verantwortung und Freiheit. Ich wünsche mir das so sehr, dass Menschen von dieser Liebe Gottes erreicht werden und von dieser Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat, neu erfüllt werden. Dann freue ich mich auf eine weitere Zukunft in Einheit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!